Hallo und herzlich willkommen! Endlich mal wieder bei einem Let's Play von mir. Ja, ich habe die letzten Wochen lange, lange nicht gespielt und ich glaube, ich muss mal kurz die Umgebung lauter machen. Deswegen hättet ihr jetzt ein Standbild sehen, mich noch blabbern, mein Handy hören. Was willst du denn nicht? Äh... Das war eine E-Mail, die nicht wichtig war. So. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob das... ich weiß, das ist total hell, ist mir doch scheißegal. Aber jetzt seht ihr mal, wie rot ich bin eigentlich. Ich bin komplett rot. Und da ist ein Mensch. Au, Mann, ich hab jetzt... Ähm, ja. Wobei ich vor uns drauf kam. Ein bisschen da lang. Okay. Ach, war das der neue Anzug, oder... Steckt da noch jemand drin, oder... Alter, hängt noch einer. Da hängen ganz viele hinter. Das sind so Züge. Was hatten wir nochmal gemacht hier? Ja, Isaac. Wir gehen ja schon. Ich wusste... Was hast du Leben verloren, Eilee? Noch, können wir einrufen? Äh... ja. Hallo? Ist da wer? Ja, wir müssen schon lang. Hola, que tal? Fert'a bien, ah, oui, oui. Aber, auf und nicht. Ich habe hier ein Problem. Ja. Scheinbar befindet sich der Docking-Pot, der zur Solaranlage führt am Boden des Schachts. War ja klar. Keine Sorge, das kann ich reparieren. Ich seh mir das Ganze mal von draußen an. Nielang? Bist du bekloppt? Wir sind doch nicht da lang. Ich will da rein. Oh. Oh. Hm? Nee. Wo ist das denn, was ich jetzt aussammeln kann? Aha. Steck dich nicht vor mir, du kleines Ding. Was ist das denn so richtig? Ich habe doch keine Ahnung. Ach, wir müssen doch da noch. Ich mache gleich mein Handy aus. Immer diese E-Mails. Die Spam. Immer diese Spam-E-Mails. Kann ich jetzt hier rein? Nee. Ach, war also doch richtig, dass ich hier lang gegangen bin. Na gut. Gehe ich doch den richtigen Weg automatisch. Mööö. Vielleicht. Ja, ich habe die mir immer noch meine Kamera. Oh mein Gott, ich bin hier auch. So. So ist das. Und Kampf. Äh, ungewöhnlich, aber äh, na. Ich muss mich halt dran gewöhnen. Oh, ich verstecke mich. Oh nein, jetzt könnt ihr mit. Ich hätte das vielleicht aufräumen sollen. Aber mache ich ja eh nie. Hm. Danke. Dann, äh, äh. Alt. Oh, ich bin ein Vogel. Oh. Oh, da liegt was. Da liegt was. Ich will haben. Irgendwas mit Papiergranaten. Oh, das will ich auch. Fliegen ist doch viel schwer, aber es laufen. Hui. Halt, stopp. Runter, runter. Hm? Hallo. Ich habe es noch gerade noch gesehen. Alter. Äh. Heck. Uh, hi. Einmal sondieren. Glitzert da jetzt doch noch was. Aufgabe erfüllt. Ja. Geht du gar nicht. Was glauben Sie denn, was er macht? Können Sie den Schalt hören? Er halluziniert, Ellie. Das ist Teil der Krankheit. Das riecht nach Ärger. Gehen Sie einfach weiter. Pff. Halt. Halt. Ach ja, ich lasse Menschen alter aufsehen. Hihihi. Und wenn ich mich doch mal nach hinten lehnen bin, bin ich auch wieder bald weg. Heeeh. Manja, 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 manja. Nja, 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 nja. Das ist so groß hier, das gefällt mir nicht. Hätte ich nicht eigentlich auch hochfliegen können? Eine Stadt? Ja, wir sind ja in der Stadt. Oh! Wie krass das aussieht. Alles umzäunt von einer riesigen Mauer. Oder? Ne, da sind Sterne. Wahrscheinlich hat die... ... 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 Da hab ich den Schocker gar nicht gesehen! Da ist ein Vögelchen! Hallo! Das glaube ich nicht. Das glaube ich kein. Oh, die leben ja noch! Können wir die nicht befreien? Wie ist das wirklich? Okay, dann geh ich einfach mal in den Schock. Oh je! Ich schwinde immer weiter. Äh... Aber ja... Kann ich mir auch nicht leisten. Ähh... Ist okay, wir haben noch Zeit! Stätigen wir mal ein bisschen und sagen ja! 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 Ob wir wirklich das tun, was ich denke, was wir tun müssen! Hey du, komm mit! Das stimmt! Das stimmt! Das stimmt! Wie komme ich da hoch! Wie komme ich da hoch? Oh Gott! Au! Licht macht Angst hier! Das stimmt! 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 Oh Gott! Irgendwas! Nee! Habe ich wohl nichts! Du H Goddess, schnäcke! Aber ich muss da durch Oder so Ich hoffe, dass es nicht so laut auf meinem Ohr ist so schlimm Ich bin nicht laut, deswegen mache ich es dann bisschen leise Und da, oder? Leid nach, Junge Ja. Ah! Warum will mir das hier nicht gefallen? Oh fuck! Ah! Ah! Da war sogar noch Wunder! Ah... Ah! War das gar nicht tot gerade eben? Kann es das gewesen sein? Kann ich dich benutzen? Nope. Nein, 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 nein! Ja. Ich popse! Ich mag die die haben. Ich weiß noch nicht mehr. Ach. Ahhhh! Oh no! Ahhhh! Noo! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Blöde Plunte! Willst du mich töten oder was? Mach auf! Oh je, Hexe! Oh je, Howard Phillips, Persönlichkeitsloch, 466 Ich habe versucht, solange es geht, auszuhalten. Der... Der... Außerhalb der Reichweite von ANTIS Interfaces zu bleiben. Ich will ihre Entschuldigungen überzüglich meiner Versetzungsversuche nicht mehr hören. Jedes Mal, wenn ich Nachfrage höre, ich nur computerisierten Bockmiss. 23 Gesuche. Ich habe 23 Gesuche eingereicht und nicht eine Antwort erhalten. Ich weiß, dass sie lügt. Ich weiß, dass sie nie... Dass sie sie nie abgeschickt hat. Wie komme ich, oder? Aber ich... Ich habe es ANTIS gezeigt. Ich habe beim Mittag alle meine Vögel aus dem Kälf hingelassen. Es war so schön zu sehen. Wie sie glücklich und frei herumflogen. Ich wünschte, ich könnte einer von ihnen sein. Als ich spuckte irgendwelche Verordnungen aus und sagte, was von abnormen Profilen. Mir doch egal. Ich habe heute den ganzen Tag mit den Vögel getanzt. Ich liebe meine Vögel. Ich will heim. Ach, das ist ja so... Die Musik ist so laut. Was bist du denn? Na dann muss ich ja mal hacken, ne? Nein, ja... Wachmann Howard Phillips. Unautorisierte Benutzung wird Zugangslüft erkannt. Bitte antworten Sie! Lopp! Hier antworte ich nicht mehr Schnuckel. Oh, da liegt noch eine Cola. Ich habe ihn in einem Wahn история. Da gibt es zu sehen. Ihr kommt es an zu weg. Du heisst, du heisst, du heisst. Do they zu 때는? Du heisst! Ich habe geradeございます aufごedjść, Du heisst, ihr 손 angekommen! Was ist das? Ich geh die einfach zu cüc. Ich geh da zu cüc. Ich geh da zu. Gut. Ich geh da zu cüc. Ich geh da zu cüc. Komm doch hoch, wenn du dich traust! Oh Gott! Hätte ich dich gesagt, neuen Kreuz! Hier hab ich die Waffe ja... ...lieb. Der Geist. Schuss! Halt! Ich weiß, dass sie da oben sind! Selbst, dass die Energie wieder herzustellen, gibt es kein Entkommen! Alle Routen zum und vom Regierungssektor werden überwacht. Gebt sie! Ich gebe niemals! Au! War es nichts? War es was? War es was? Gut. Wir haben einen Angriff, doch die Beste verteidigen. Ich will aber nach hinten. Nein, da wollte ich ja nicht hin, aber ich wollte in diese Tür, aber da kommt man ja auch nicht hin irgendwie. Oh Gott! Ähm... Äh... Das, ja... Das, ja... Ah... Ah... Muss ja... So, und jetzt ist die Rick ein bisschen besser. Können Schaden machen mit Rick. Und deshalb hab ich noch einen Schluck auf. Oh! Da muss man ja mal auf die Zeit gucken. Bis zum nächsten Mal, danke, dass ihr zugeguckt habt. Und ich hab auch... Ich hoffe, ihr habt Spaß. Bye, bye! Bye!